Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Reiß hat vorher gesagt, beim Antrag zur Geschäftsordnung den Herrn Ministerpräsidenten hereinzuzitieren, das sei eine Unverschämtheit. Ja, Herr Kollege Reiß, Unverschämtheiten erleben wir zurzeit sehr viele. Zum Beispiel ist eine Unverschämtheit, dass der bayerische Ministerpräsident bei dieser wichtigen Debatte hier fehlt. Das ist die Unverschämtheit. Und eine weitere Unverschämtheit, meine Damen und Herren, war eigentlich die Ausschusssitzung im Verkehrsausschuss, die wir letzte Woche erlebt haben. Zwei Stunden haben uns mit dem Thema zweite Stammstrecke befasst und versucht herauszubekommen, was ist denn jetzt die Sachlage und was ist denn die Faktenlage. Und das Einzige, was wir erfahren haben vom Herrn Bernreiter, ist, dass er da noch nicht da war, wo es mit der Stammstrecke zugangen ist, da sei er noch Landrat gewesen, das haben wir aber schon gewusst und dass er ansonsten noch nicht Bescheid weiß und dass das Haus selber errechnet habe, selbst erhoben, ist das Zitat, die 7,2 Milliarden und das Jahr 2037 als Fertigstellungstermin, selbst erhoben. Ja, dann legen Sie aber doch endlich einmal die Fakten auf den Tisch, wie Sie das erhoben haben, wie sich das zusammensetzt, wie sich das errechnet und was die Gründe sind. Und wenn man sich danach fragt, dann deuten Sie auf alle anderen, auf den Bund, auf die Bahn und vielleicht noch auf den lieben Gott, aber nicht auf sich selber, die Sie ja der Auftraggeber sind für dieses Projekt. Und schließlich ist es ja kein Novum, keine neue Information anscheinend für Sie, für die Öffentlichkeit war es eine neue Information. Und wer Sie ein bisschen auskennt mit dem Bereich, der hat sich es ja denken können und hat es ja schon 5 und 10 Jahre vor dem Baubeginn euch gesagt, dass das nicht hinhaut mit euren Zeitrechnungen und mit euren Kostenkalkulationen, dass das 10 Milliarden und mehr kosten wird und das wird es ja auch. Die nächste Unverschämtheit ist, dass Sie das seit zwei Jahren wissen, Ihr Haus, dass es so teuer wird und das Vertuschen, verheimlichen und den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und vor allem auch den Fahrgästen, den Leitgeprüften, verheimlichen. Das ist die nächste Unverschämtheit hier, die von Ihrem Haus und von der bayerischen Staatsregierung von Ministerpräsident Söder ausgeht. Und wenn wir schon bei den Unverschämtheiten sind, ist die Krönung der Unverschämtheit ja noch, dass wir heute die Anfragen zum Plenum immer noch nicht beantwortet haben. Es ist jetzt 11.55 Uhr und es sind immer noch nicht da, die Anfragen zum Plenum, die normalerweise um 9 Uhr erscheinen. Ein Schelm, wer denkt, dass das nicht mit der Plenardebatte hier zu tun hat. Ja, Sie waren gestern in Berlin, Herr Minister, das weiß ich, dass Sie dort waren und wichtige Gespräche dort geführt haben. Sich heute erklären haben lassen, wer zum Beispiel der Aufgabenträger ist, was Bayern für eine Rolle hat. Das haben Sie jetzt da erfahren, das ist natürlich sicher wichtig, aber es gibt ja noch ein paar Mitarbeiter in Ihrem Haus, da muss es geliefert werden. Das ist die nächste Unverschämtheit. Neun Anfragen meiner Fraktion, ich glaube 19 Anfragen aus dem Haus, sind nicht beantwortet worden. Das ist eine Unverschämtheit, das ist eine Missachtung der Legislative, der parlamentarischen Kontrollfunktion dieses Hauses. Nein, meine Damen und Herren, wer da schuld ist an diesem ganzen Desaster, das kann man schon sagen. Das ist nicht die Bahn, das wird sich herausstellen, wenn sie einmal Fakten offenlegt, hat sicherlich einen Anteil. Aber es ist sicherlich nicht der Bund und es wird auch nicht der liebe Gott sein und sonstige Player, die vielleicht noch gefunden werden können, auch nicht die Stadt München. Schuld ist die CSU, die hat das als Prestigeprojekt, als ihr Prestigeprojekt durchgedrückt. Sie kennen die Debatten und wer es jetzt anderes behauptet, der lügt. Die Bahn ist der Generalunternehmer, ja, aber Bayern hat ein schlüsselfertiges Projekt bestellt, so wie Sie als Häuslebauer schlüsselfertiger Projekt bestellen können. Und da ist es Ihre Aufgabe als Bauherr, Kosten und Zeitplan im Blick zu behalten und müssen Sie hinstellen, ein anständiges Controlling machen. Die Fachminister, der Ministerpräsident und wenn Sie das nicht machen, dann zur Verantwortung stehen. Und ein Letztes, meine Damen und Herren, Sie wollen, und das ist ja richtig, doppelt so viele Fahrgäste im ÖPNV haben bis 2030. Ja, das wollen wir alle, das will auch der Bund, das steht überall in sämtlichen Absichtserklärungen. Ja, und wie wollen Sie das machen? Da kommt Ihre Stammstrecke doch zehn Jahre zu spät. Wir brauchen doch viel früher Erleichterungen und Verbesserungen. Und zwar die vielen kleinen Maßnahmen im ganzen Netz, die kleinen Ausbauschritte, Hunderte im S-Bahn-Netz München, aber auch in ganz Bayern. Momentan fährt kein einziger Zug mehr nach Bayreuther und kein einziger Fahrt mehr ins Werdenfelser Land. Das Bahnsystem ist marode und wir müssen investieren, Bund und Land gemeinsam Hand in Hand das voranbringen. Und da kommt die Stammstrecke viel zu spät und noch schlimmer, sie kannibalisiert das Ganze. Wollen Sie die nächsten 20 Jahre alles Geld für die Schiene nach München pumpen in zwei Gleise zwischen Ostbahnhof und Pasing und den restlichen Bayern soll blechen dafür? Wollen Sie das? Dann sagen Sie es aber bitteschön auch. Und wenn Sie das nicht wollen, wenn Sie auch dem restlichen Bayern was zugutekommen lassen wollen, wenn Sie auch für die S-Bahn-Fahrgäste in der Region was Gutes tun wollen, ja dann erklären Sie doch, wie Sie das zahlen wollen. Wie zahlen Sie denn die Ausbaumaßnahmen im Bahnknoten München, die zur Stabilisierung und zur Mehrresilienz im Netz führen würden? Wie finanzieren Sie denn den überfälligen Ausbau der Außenäste, Nordring, Südring? Wie bezahlen Sie denn die Elektrifizierung, die wir da überall brauchen, Allgäu, Dieselloch, Oberfranken? Wie bezahlen Sie denn die Streckenaktivierungen im ländlichen Raum, auf die so viele Leute waren? Und wie bezahlen Sie denn die S-Bahn für Augsburg, die S-Bahn für Würzburg, die S-Bahn für Rengsburg und die zusätzlichen Züge, die wir brauchen, wenn wir doppelt so viele Leute befördern wollen? Erlenken Sie doch einmal Konzept vor, erlenken Sie einmal Fakten vor und deuten Sie nicht bloß auf andere. Wir Grüne wollen Sie von ihrem Tunnelblick befreien und endlich konkrete und schnelle Maßnahmen für alle Fahrgäste in ganz Bayern und insbesondere natürlich auch im leitgeprüften Bahnknoten München. Vielen Dank, meine Damen und Herren.